Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von King of the Hill. Diese Folge wird allerdings sehr sehr kurz sein. Noch kürzer als das Fail Video oder wie man es auch nennen soll von Battle Royale. Und ja, diesmal geht es um King of the Hill. Es hat sich eine sehr sehr lustige und coole Situation ereignet. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Zuschauen, wie wir in King of the Hill das Unmögliche möglich machen. Na sicher lohnt sich das. Das wird unfassbar. Gebt dir mal Gene. Gene hat einfach 153. Was ist los bei dem? Ey Leute, ich bin 191. Ja, ich glaube das lohnt sich nicht mehr, wenn wir jetzt nochmal anhalten, hier landen und das Scoreboard austauschen. Also, warte mal. Lass mich noch mal kurz überlegen. Wir waren bei 30 Punkten, rot bei 88. Ist das richtig? Ja. Und dann kamen, ähm, Flugoffensive von Grün. Ist das jetzt alles nur, weil der eine Spieler dazu gekommen ist? Wer, der Gene? Ja. Der war ja schon vorher drin, aber der ist schon, der Alter, der ist die ganze Zeit mit dem Chat oben und holt alles weg. Das ist eine mega geil Idee. Schau mal, 99. Alter, wir schaffen das wirklich noch. Wir waren einfach mal satte 60 Punkte ungefähr hinten. Das ist echt abnormal eigentlich. Und hier, Alter. Ah, fuck, ich habe wieder die Werbung. Steig aus. Da kommt was noch. Danke. Da fliegt noch was. Und jetzt? Werden beschossen, oder? Da ist ein Helikopter. Lieber uns. Mal, Armin, du kriegst so brutal viel Kohle, ne? Das ist ein Pawnee. Yes! Ja! Oh, fuck. 14.000 habe ich bekommen. Guck mal, wer da jetzt steht. Wir haben nur 17.000 bekommen. Ich dachte, das würde... Nee, ich bin nochmal gestorben. Guck mal, der bin ich. Marvin, wie hast du bekommen? Ich habe 21.000 bekommen. Jetzt auch nicht so extrem. Ich habe jetzt 52.000 insgesamt. Ich habe es gleich 500.000. Oh, shit. Du bist leid. Ja! Wir brauchen eine Ehe! Als한테... Expertется... Aufgeregt... Ach, ich habe ganz gut wie Hilfe. Doch, ich hoffe ... apologize mich.